guten morgen freunde und freundinnen und fans und keine ahnung alles ja es geht jetzt nach karlsruhe zu low cruisers germany beziehungsweise mit low cruisers germany und wir werden shooten und ich habe mein auto schon gepackt und da gucken wir jetzt einfach mal drüber ich kann das all day ich kann das all night So, wir starten wieder die Kalimoto App und zwar Karlsruhe und sind eine Stunde 40 unterwegs. Wir sind gerade in der Besprechung für das Shooting. Ich denke, es ist vielleicht nicht einmal so verkehrt. Wir sind gerade in der Besprechung. 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 Shooting zu Ende. Ich bin auch schon wieder auf dem Weg Richtung Heimat zur Familie. Ja, Vatertag ist jetzt mal vorbei. Dann gucken wir mal, was die Tage noch bringen. Wir sind gerade in der Besprechung. Sie sind gerade in der Besprechung. Auf Wiedersehen.